Heute wollen wir mal einen direkteren Blick auf den Mittelstreifen werfen. Wir sehen hier ist schon Kies eingebracht worden. Und die Fahrspur beginnt mit der Verbreitung schon hier um die Ecke rum auf dem Anrufsblattplatz. Die Fahrspur werden die Fahrspur angebracht. Die Fahrspur werden die Fahrspur haben, in der die Fahrspur werden. Die Fahrspur werden die Fahrspur werden. Wir werden die Fahrspur und die Fahrspur werden. Wenn die Fahrspur nicht immer wiederklarieren. Das ist so, dass wir jetzt die Fahrspur angekommen. Ciao!